Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 meines iRacing für Anfänger Tutorials 2021. Ja, heute schauen wir uns mal alles an, was den regulären Rennbetrieb hier in iRacing betrifft. Ich zeige euch, wo ihr die einzelnen Sessions findet, wie ihr darauf joint und alles, was eben dazu gehört. Bevor wir aber hier mit dieser Folge jetzt starten, möchte ich euch aus meinem iRacing Einsteiger Tutorial 2020 die Folge 4, alles was Safety Rating, Time Trial Rating und eben iRating betrifft, ans Herz legen. Darüber hinaus noch die beiden Videos über die ganzen Settings in-game. Das ist dann die Folge Nummer 5 Teil 1, die blende ich euch jetzt hier gerade ein und eben Folge Nummer 5 Teil 2. Dieses Video hier. Schaut euch das bitte alles vorher einmal an, denn da habe ich mal alles erklärt, was eben das ganze Rating-System hier in iRacing betrifft. Und wo ihr das Rating jetzt hier einsehen könnt, das seht ihr ja hier oben, wie ich im ersten Video schon erklärt habe. Hier findet ihr alles, was euer Rating betrifft. Und hier unter Profil könnt ihr das Ganze auch nochmal einsehen. Ja, so. Das haben wir. Dazu gibt es auf jeden Fall an späterer Stelle nochmal ein Video zu. Aber wie gesagt, hier jetzt eben bitte einmal die Videos ansehen, damit ihr da Bescheid wisst. Wir fangen direkt an. Ihr müsst auf den Reiter Go Racing klicken. So. Ich hatte es ja schon in der ersten Folge erwähnt. Hier seht ihr jetzt auf der ersten Seite unter Up Next. Findet ihr alle Sessions, die in Kürze starten. Ja. Ihr seht das hier. Hier läuft ein Countdown runter. Und nehmen wir einfach mal als Beispiel jetzt hier die Dallara Dash 2021 Season. Da seht ihr in 8 Minuten, also um 15 Uhr. Wir haben es jetzt gerade aktuell 14 Uhr, 51 und 20 Sekunden. Ja. Also in 8 Minuten, 38 Sekunden würde dieses Rennen hier, ja, Race, würde starten. Und ihr könnt euch über dieses Menü, könnt ihr euch sofort in die entsprechende Session reinjoinen. Natürlich würde ich immer empfehlen, vorher eine Practice zu fahren, als direkt auf den Rennserver zu joinen. Aber wie gesagt, das hier ist eben eine Möglichkeit, eine Art Schnellzugriff auf alle in Kürze startenden Sessions. Auch Practice ist hier unten mit drin. Ja, also ihr findet alles, was eben hier aktuell gefahren wird. Ihr könnt das Ganze filtern, hier oben unter Filter. Könnt ihr verschiedene Sachen filtern. Und das Ganze ist, denke ich mal, selbsterklärend. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und ja, das war's dazu. Ihr habt überall in jedem Menü ein Test Drive Button, ja. Da könnt ihr draufklicken und könnt euch eine individuelle Test Session starten. Und jede Strecke, was ihr besitzt und jedes Fahrzeug, was ihr eben besitzt, fahren. Das zeige ich euch auch gleich. Wir gehen weiter auf Current Series. Ja, das kennt ihr jeder von euch ja schon aus der Member Webseite. Hier habt ihr alle Rennserien, die iRacing euch bietet. Einmal kompakt aufgeführt mit einer kleinen Grafik und schön aufgelistet. Und ich weiß nicht, bei euch sieht es, glaube ich, aktuell so aus. In der Standard Version könnt ihr hier in diese Blog-Ansicht wechseln. Ja, hier oben der Menüpunkt ist das. So, ihr habt noch die Möglichkeit, das Ganze zu filtern. Das könnt ihr hier machen. Ich habe bei mir alles auf Road gefiltert, da ich eben nichts anderes fahre. Ihr seht, ihr könnt alles filtern, hier Team Sessions, speziell Insa-Serien oder was auch immer. Das könnt ihr hier oben machen. Tags, da könnt ihr auch nochmal ein paar verschiedene Sachen. Hier, sagen wir mal, alles, was Lizenzklasse A ist, könnt ihr hier dann auswählen und bekommt eben auch nur noch diese Rennen angezeigt. Ihr könnt verschiedene Rennserien, die ihr besonders gerne fahrt, als Favorit markieren. Ich zeige euch das mal eben. Ihr könnt hier einfach auf eine Rennserie draufklicken und eben anschließend hier oben das Sternchen aktivieren. Ja, so, dann könnt ihr das Ganze schließen. Wenn ihr jetzt hier auf das Sternchen klickt, seht ihr immer nur eure favorisierten Rennserien. Dann habt ihr eben nochmal das Ganze gefiltert und braucht euch nicht jedes Mal hier bis runter zu scrollen, dass ihr hier bis auf die VHS Endurance oder was auch immer ihr fahren wollt, kommt oder suchen müsst. Ja, klickt einfach auf den Stern und ihr habt sofort die Rennserien, die ihr fahren wollt. Gehen wir weiter. Hosted Races ist natürlich auch selbsterklärend. Ja, hier findet ihr alle gehosteten, also alle von Spielern erstellten Sessions in iRacing. Und das sind meistens Practice Server, sind aber auch manchmal Rennserver. Je nachdem, ob man da irgendwie an ein Event teilnehmen möchte oder was weiß ich. Ja, das findet ihr alles hier. Selbes Prinzip auch hier mit dem Filtersystem könnt ihr alles hier machen. Wir gehen immer wieder zurück auf Current Series, denn ich will euch zeigen, wie ihr hier denn in eine Session joinen könnt, beziehungsweise wie ihr ein Rennen fahren könnt und ganz wichtig für viele, wie ihr überhaupt hier in dem User Interface die Timetrails findet. Also, gehen wir mal auf die VHS Sprint und ihr seht jetzt, wir können verschiedene Sachen auswählen. Erstmal natürlich unser Fahrzeug. Ja, wir nehmen jetzt mal den Audi A8 LMS und wir sehen jetzt hier, es wird aktuell ja Sebring gefahren, ne. Das ist ja ganz klar. Und die aktuelle Uhrzeit. Bevor wir jetzt hier runter gehen, vielleicht noch kurz hier oben diese Navigationsleiste erklärt. Ihr findet hier alles, was aktuell offen ist und die Fahrer, die da entsprechend registriert sind. Ihr findet den Kalender. Ja, alles, was completed ist, ist eben schon geschehen. Die Current Week ist natürlich die aktuelle Rennwoche und eben das, was in der Zukunft liegt. Track Info. Kurze Streckeninformationen mit Kurvennamen, wie viele Kurven die Strecke hat, allgemeine Information. Eine kleine Beschreibung, alles halt in Englisch, aber das findet ihr hier. Serious Info. Da gibt es alles, was diese Rennserie hier in iRacing betrifft. Ihr könnt hier ablesen, welche Lizenzklasse, die maximale Lizenzklasse, mit der das Ganze gefahren werden kann. Ob das Ganze mit einem Klassengrid vonstatten geht da, aber die VHS ja nur eine Klasse besitzt. Ist es natürlich logisch, dass hier auch nur eine Klasse an den Start geht. Ja, ihr könnt noch weitere Regeln lesen. Ihr könnt sehen hier, wie viel Inks ihr produzieren dürft während eines Rennens, bevor ihr eben eine Strafe oder eine Disqualifizierung bekommt. So viel dazu. Unter den Results findet ihr dann die ganzen Sessions, die vor kurzem hier stattfanden. Die ganzen Rennen sind das. Und da könnt ihr dann entsprechend die ganzen Resultate davon, also die Endergebnisse nochmal aufrufen. Ihr seht hier das letzte um 13 Uhr. Das hatte fünf Splits. Wenn ihr wisst, in welchen ihr wart, könnt ihr euch da einfach die Resultate zu anschauen. Ja, also eben die Endergebnisse. Das dazu, wir gehen wieder zurück auf Sessions. Hier findet ihr natürlich einmal die Practice-Server und eben die Race-Server. Ihr seht die Startzeiten und die Endzeiten des Servers und hier auch wieder der Countdown. In drei Minuten ist es soweit, da startet hier das nächste Rennen. Aktuell sind 80 Fahrer darauf registriert. Und das Ganze ist, ja, ein populäres Event. Das seht ihr hier an diesem Pfeil, ja. Und bedeutet eigentlich einfach nur, dass diese Session hier besonders gut besucht ist. So, was gibt es noch zu erklären? Ja, hier unten genau das gleiche bei dem Practice. Ja, Klasse B ist die Mindestlizenz, die ihr hier benötigt, um das Ganze überhaupt fahren zu können. Das seht ihr halt dann immer hier. Hier ebenfalls wie viele Fahrer registriert sind und hier die Spotter, ja. So, ähm, genau. Das war das und gehen wir dann weiter. Hier rüber könnt ihr euch eben auf die entsprechende Session registrieren. Klickt ihr da drauf, öffnet sich so ein kleines Fenster hier. Da klickt ihr einfach auf Continue. Ihr wartet kurz. Oben lädt sich hier dieser Balken. Sobald hier Join steht, könnt ihr auf die Session joinen. Und ihr kommt automatisch auf den Servers, öffnet sich so ein kleiner Ladebildschirm. Der zeigt euch unten auch die Prozentzahl an, wie weit der Server jetzt geladen ist. Und sobald der so 98 Prozent erreicht hat, startet sich iRacing. Und dann seid ihr auch schon auf der Strecke und könnt loslegen. Das Ganze haben wir ja schon in den anderen Tutorial-Videos, ähm, durchgenommen, wie das auf den Servern ist. Da schaut ihr euch am besten einfach mal hier dieses Video hier an. Da seht ihr ja schon, wie das Ganze dann so funktioniert, äh, wenn man auf einem Server ist. Ich denke, das brauche ich nicht alles nochmal erklären. Würde ja das Ganze unnötig, äh, sprengen, sag ich jetzt. Äh, genau. Eine wichtige Sache gibt es noch. Die Timetrails. Nämlich, das könnt ihr hier unten machen. Wenn ihr auf Solo-Race klickt, öffnet sich dieses kleine Menü. Da könnt ihr einmal wieder eine Test-Drive-Session starten oder eben Timetrails fahren, ja. Da könnt ihr euch euer Fahrzeug auswählen. Drückt auf Continue. Nochmal auf Continue. Und schon landet ihr in der Warteschlange für den aktuellen Timeslot der Timetrails. Sobald hier oben Join steht, einfach Join und ab geht die Post. So viel dazu. So, jetzt gibt es noch eine spezielle Sache. Die möchte ich euch auch noch eben erklären. Das sind nämlich hier Teamrennen, Langstreckenrennen. Das funktioniert nämlich alles ein bisschen anders. Da geht ihr nämlich hin und müsst natürlich erstmal euer Fahrzeug auswählen. Anschließend, egal ob Practice oder Rennsession das Ganze ist, da sucht ihr euch jetzt hier einfach euren Server aus. Am besten nehmt ihr natürlich immer die deutschen Server. Denn da habt ihr hier in unserem Breitengrad einfach den besten Ping. Und wie gesagt, dann klickt ihr auf Register. Es öffnet sich folgendes Fenster. Jetzt müsst ihr als erstes euer Team registrieren, mit welchem Team ihr fahren wollt. Es kann sein, dass hier schon ein Team steht, in dem ihr eben seid. Das zeige ich euch aber jetzt nochmal eben, ja. Ihr wollt, wie ich jetzt, mit meinem Team registrieren. Also ich möchte das Rennen jetzt anmelden im Namen meines Teams. Mache ich dann folgendermaßen. Drückt hier oben drauf auf Register. Habt ihr gerade gesehen. Hier unten erscheint das Team. Und jetzt, wie gesagt, wenn ein Kamerad von euch ein Team registriert hat, in dem ihr Mitglied seid, könnt ihr jetzt genau wie hier, da könnt ihr den Schritt hier überspringen. Dann seht ihr hier unten das Team und drückt hier einfach nur noch auf Register as Driver. Sorry. So. Und dann seid ihr als Fahrer für dieses Team registriert. Es öffnet sich wieder der Ladebutton oben für Join. Ihr wartet, bis er ausgegrünt ist und dann geht's schon ab. Ja. Einfach Join drücken. Es öffnet sich wieder dieses Ladefenster und ab geht's auf den Server. Ja. So viel dazu. Ich denke, was Teamrennen sind, das wissen die meisten mittlerweile. Falls nicht, da gibt's auch ein Video in der Playlist zum iRacing-Einsteiger-Tutorial 2020. Irgendwo ziemlich weit unten war es eine der letzten Folgen Team Races oder Team Rennen. Irgendwie so heißt's. Ich guck mal gerade nach, kann ich euch genau sagen. Dann habt ihr das nämlich auch schon mal. Ähm, wo haben wir es denn? Da nicht, da nicht. Folge 16. Das beinhaltet den Fahrerwechsel und die Fair-Share-Regel von iRacing. Schaut's euch an, wenn ihr da alle Informationen für wissen möchtet, ja? So. Weiter findet ihr natürlich hier Hosted Races, hab ich eben schon erklärt. Time Attack Competitions werde ich jetzt in diesem Video hier nicht behandeln. Da gibt's nämlich nochmal ein separates Video zu, weil das Ganze ist ein eigener Wettbewerb hier in iRacing. Funktioniert ein bisschen anders. Aber wie gesagt, da mach ich noch ein Video drüber, damit ihr das eben auch wisst. Ihr könnt natürlich auch selber einen Server erstellen unter Create Arrace. Das könnt ihr hier machen. Auch da gibt es später ein eigenes Video zu, wie das Ganze funktioniert. Wollen wir hier jetzt auch nicht behandeln. Ja, Test Drive, wisst ihr selbst, hab ich eben schon erklärt. Könnt ihr euch eine, ähm, Test Session erstellen. Euer Wetter nehmt ihr besser immer Generate. Ihr nehmt am besten immer den Dynamic Sky. Bei Fahrzeug, Strecke und dann als Track Conditions würde ich persönlich immer empfehlen, auf Leave Marbles on the Track zu aktivieren und Starting Track, äh, ja, Track State immer so zwischen 50 und 65% zu setzen. Denn dann habt ihr wenigstens schon mal ein bisschen Grip auf der Strecke und könnt auch schon mal ein bisschen fahren. Ja, und rutscht nicht erst ganz am Anfang ein bisschen hin. Weil wenn ihr allein auf der Strecke seid, braucht ihr echt lange, bis ihr eben, äh, Grip aufgebaut habt. Und deswegen, wie gesagt, würde ich immer hier einen kleinen Prozentsatz an, äh, Start, ähm, Settings setzen. Das erleichtert euch ein bisschen den, äh, Startvorgang, sag ich jetzt mal. Daneben habt ihr noch die Auswahl fürs Wetter, beziehungsweise für die Tageszeit. So war's. Da könnt ihr hier oben den Reiter aktivieren. Dann könnt ihr auch ne genaue Uhrzeit angeben. und, ähm, habt nicht diese ganz einfache, ähm, Auswahlmöglichkeit von der, ja, sag mal, Schnelltageszeit. Da könnt ihr eben keine genaue Uhrzeit sagen, sondern ihr habt immer vorgegebene Sachen. Finde ich persönlich ein bisschen doof. Ich mache immer gerne hier diese spezifischen, ähm, Tageszeiten und suche mir die dann hier eben raus. So, ich glaube, wir haben alles, wir haben alles erklärt. Wie gesagt, schaut euch bitte die anderen Videos an, wenn ihr nähere Informationen benötigt. Später, im weiteren Verlauf dieses Tutorials hier, wird's definitiv auch nochmal Videos dazu geben. Denn ich hab mich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich weiß mittlerweile ein bisschen mehr, was ich eben damals zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und deswegen sag ich ganz einfach, machen wir's einfach so. Ihr könnt jetzt aber wenigstens schon mal auf die Strecken gehen. Ihr könnt schon mal loslegen. Und das ist, denke ich mal, das Wichtige. Also, Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch wieder geholfen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Däumchen da, lasst mir ein Abo da. Und ich würde sagen, haut rein, bleibt gesund, macht's gut. Freunde, bevor ihr jetzt wegschaltet, möchte ich einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Ihr wisst mittlerweile, ich bin leidenschaftlicher Gamer, auch außerhalb des Sim Racings. Und spiele natürlich auch das ein oder andere Game. Meistens Simulationen oder was weiß ich. Auf jeden Fall relativ viel. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch mal auf meinem Zweitkanal vorbeischauen würdet. Auf dem Kanal der Simfreaks LP. Das bin nämlich ich mit ein paar Freunden. Und wir streamen regelmäßig verschiedene Spiele. Wie zum Beispiel den Landwirtschaftssimulator. Oder eben Heroes and Generals, World of Tanks. Und in Zukunft noch vieles mehr. Ich freue mich über euer Abo. Ich freue mich, wenn ihr in den zukünftigen Livestreams dabei seid. Also, haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ich freue mich, wenn ihr in den nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr in den nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr in den nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr in den nächsten Mal. Vielen Dank.